Ein Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. 6 Personen haben in diesem großen grauen 5-türigen Windplatz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Einparkhilfe, und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 43.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis